servus leute willkommen bei der 17 folge von farcry 4 jetzt geht es gleich in die arena von shonard und da müssen wir insgesamt arena rang 10 erreichen das wird ein bisschen dauern weil dann spielen wir eine waffe frei ab level 2 gibt es glaube ich sogar noch eine fähigkeit und eine trophäe ab arena rang 3 weiß es jetzt nicht mehr genau die boxen sie da als fröhlich den ganzen bauch hin und her jetzt schauen wir erstmal was da überhaupt abgeht ich habe nämlich noch keine ahnung wenn ich ehrlich bin so aber bevor ich jetzt starte muss ich noch zuerst einen stream rein na klar können wir kämpfen kämpfe in der arena gibt es keine allianzen zwischen den teams nutze dies zu deinem vorteil und lass es die gegeneinander kämpfen endlos im endlos modus musst du gegen zahllose wellen von feinden bestehen herausforderungen im waffen herausforderungen musst du mindestens drei sterne erreichen um zu gewinnen ok ich glaube wir fangen erstmal stink normal an dann gucken wir uns mal die herausforderungen an ok starten wir einfach wir sind hier rang 1 und insgesamt rang 10 müssen wir erreichen kämpfe gegen vier andere teams um das recht die amtierenden champions in der letzten runde herausforderungen und die grundsdämmel massen zu gewinnen na gut legen wir los hau mal drauf das muss ich noch ganz schnell in den stream das ist um jeder gegen jeden dinge oder was ich habe nur eine vertappte pünste der durch schiezen kann also dass wir au das ist wirklich so ein jeder gegen jeden ding keine probleme bereitet Die haben so noch einen Tiger mit reingeschickt. Die Schalter sind jetzt für eine neue Wettrunde geöffnet. Letzte Runde, was geht jetzt auch? Ich habe noch nie mit dieser Waffe hier gespielt. Ja, erste Runde gewonnen. 5 Sterne, Rang 2. Wenn das weiter so läuft, dann sind wir rucki zucki auf Rang 10. Waffenkits, normal. Kopfschüsse, 4. Explosionen, 0. Gesamt 17. Takedown Kills, 3. Von oben einen. Messerwurf, einen. Insgesamt 22 von 30 Kills. Punktestand von 1165. Ja klar, es dauert immer... Jeden Rang dauert es länger, ne? Also das ist jetzt die normale Shannard Arena. Im endlosen Modus musst du gegen zahllose Wellen von Feinden bestehen. Im Waffenfahrer Herausforderung muss zumindest 3 Steine reichen, um zu gewinnen. Ah ja. Und hier schalten wir wahrscheinlich die letzten Waffen frei, ne? Dann werde ich jetzt einfach mal jede Runde einmal durchziehen, ne? Mit jeder Waffe. Bei uns fehlen ja wie gesagt noch Waffen zum Freispielen. Und die bekommen wir anscheinend bloß hier. Und die bekommen wir anscheinend bloß hier. Das ist die Mark 4. Kopfkraft! Oh nein, oh nein! Oh nein, oh nein! Ohnein, ohnein! ich kann doch mit der Pistole nicht spielen darf ich nicht die Waffe hier aufnehmen ich will nicht sterben ich will nicht ich will nicht ich will nicht ich will nicht Das war die Karte! Wilde Schweine! Hier hast du sie, Baby! Möchte Zeit, dass die Action weitergeht! Nein, 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 warte! Wettet eure Position! Nebenwetten sind nicht erlaubt! Wer inoffiziell wettet, wird an die Tiger verfüttert und an meine Ex-Frau! wer ist hier der king der arena mann raus durch glaubt er ist dagegen kommt gut 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 mit holen Für solche Momente lieben wir unsere Arenas! Jetzt wieder zurück zur Action! Wolleck! Der hat gesessen! Du bist dein Best! Nein, nein, nicht los! Na komm, schießt! Das ist es doch, was wir sehen wollen! Es ist Zeit für die letzte Herausforderung! Die Kämpfe sind viel spannender, aber man geht gesetzt! Dann zieht euch das weg! Ich bin tot! Puh! Da geht's ganz schön ab! Rang 3! Ah, da muss ich mindestens... Ja, die Schlacht beenden! Jetzt müssten wir fast gucken, welche Waffen wir eigentlich schon haben! Und welche nicht! Jetzt solltest euch nicht bei mir sagen! Rang 4! Dich! Der Konflikt ist sehr hoch, der Dinge Auswärte ist. Wir sehen uns imampf der Tatort, was ein Blitz bedankt! Frau, die Tatort, wie die Tatort! Und wir sehen uns im, den Tatort! Kann das sein dir werden? Wir sehen uns im Amt der Tatort! Wir schauen euch darauf an! Und wir sehen uns im Amt der Tatort! Und wir sehen uns im Amt der Tatort! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.